Halli, hallo, hallüchen und herzlich willkommen zu Mist Survival. Wir haben Nebel. Und Nebel bedeutet Gewinner in der Spitzenlotterie. So, wo haben wir denn die nächsten Gewinner her? Hallo, sieh da, junger Mann. Wollen Sie gewinnen? Folgen Sie mir bitte. Hä? Hä? Hallo? Sie wollen wohl nicht gewinnen? Lass mal gucken. Oh, oh, wahrscheinlich weil ich geladen habe, hat die nichts mehr dabei. Ist aber blöd. Freiwillige vor. Ja, der hat mich jetzt bestimmt erkannt. Oder auch nicht. Und ich sehe los. Muss ich etwas schlafen? Wenn ich schlafe, dann kommt die doch immer. So. Da. Hallo. Schönen guten Tag. Und sie auch. Hallihallo. So, lege ich mich noch mal schlafen. Und der nächste. Oh, gleich zwei. Wupp. 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 Und wieder schlafen legen. Oh. Oh. Ich glaube, jetzt kommt keiner mehr. Pugelgezwitscher bedeutet, ist es vorbei. So, was haben wir hier? Medikamente. Zucker. Ja. Na, habe ich gesagt. Die haben auch ab und zu mal was Gutes dabei. Das war's. War nicht so viele. Ähm. Ja, den Zucker, den tue ich hier mal rein. Ja. Ich will ein bisschen was in meine Flasche ab. Dass ich immer ein bisschen Wasser dabei habe. Das ist ab jetzt mein Hauptgetränk. Aber, das ist ja nicht Sinn der Sache. Das ist ja nicht das, was ich heute ja schaffen will. So. Kommst mal hier rein. So. Du kommst zu den... Mikrochips, würde ich immer... Nee. Kann ich Mikrochips zu den Klötzchen dazuregen. Oder? Kann ich? Weiß nicht. Wo lege ich denn Mikrochips mal ab? Ähm. Die lege ich hier mit rein. Ich darf nur nicht vergessen, dass ich den hier habe. So. Wie spät ist es denn? 17,30. Das lohnt sich nicht mehr, hier loszuziehen. Ganz und gar nicht. Ähm. Hier drin kann ich ja nur noch mit super teurem Scheiß was bewirken. Deswegen... Ähm. Das bringt mir jetzt gerade nix. Aber ich könnte jetzt ein paar andere Dinge bauen. Zum Bleistift... War das hier? Nee, hier war das nicht. Shit. Warte das. Da. So, Tanning Rack. Wo baue ich die mal hin? Normalerweise hatte ich die immer hier stehen. Wo jetzt das Wasser steht und alles. Ähm. Ich denke... Also bin ich... Ähm. Ich stelle die hier so hin. Oder? Bisschen offene Fläche nutzen. Ich weiß nicht. Wo stelle ich die denn hin? Wo würden die denn gut aussehen? So nach aussehen geht es eigentlich nicht. Ach, weißt du was? Ich stelle die wirklich hin. So. Zwei. Ich brauche zwei. Aber in der Regel... So ein Bär hat genug für zwei dabei. So. Seil, Bretter, Nägel. Seil, Bretter und Nägel. Ja. Da kann ich mir das draus machen. Seil habe ich nicht... Hier habe ich noch ein paar Nägel. Hier habe ich ein bisschen Seil. So. Jetzt machen wir hier mal... Das Brettchen. Wo es zu duster wird. So. Ja. Das war es schon wieder. Ähm. Aber Nägel kann ich hier eigentlich ziemlich günstig herstellen. Ja. Ich nehme das komplett mit. Und euch vier nehme ich mit. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Nicht an blöden Nägeln. Nö, 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 nö. An Nägeln scheitert ja die ganze Sache nicht. Ja. Ein paar Dopp-Nägel. Muss ich mal reingucken. Ob ich hier noch irgendwas herstellen könnte, was wichtig für mich wäre. Ja. Oh. Oh. Schon so duster. Schon so spät, dass die Grillen schon... Oh. Hm. Dann nutze ich die Zeit mal anders. Und bereite euch schon mal vor. Ja. Zugemacht. Zugemacht. Erstmal gucken. Hunger und so. Ach. Ich nehme ja noch so eine Dose mit nach oben. Ja. Nehme ich mit. So. Schön ins Schlafzimmer rein. Ähm. 41. Das dauert. Das dauert. So. So. Jetzt ist es schön in der Nacht. Schlaf ich mal ein paar Stündchen. Ja. Sie sind in der Nähe. Ich weiß. So. Ist immer noch Dose da. Aber ich kann ja jetzt mal was essen. So. Und... Ich habe genug davon ab. immer noch zu Toster. Noch ein Stündchen. Ist auch gut für meine Erholung. Für meine Stomina. So. Und einer von denen in der Nacht hier drin. Unfug gemacht. Jemand hat Unfug gemacht. Das ist schick. Ich brauche ich nämlich später. Für mein Zäunchen. So. Jetzt muss ich überlegen. Was brauche ich als? Ne. Warte mal. Das ist... Für später. Jetzt nicht wichtig. So. Wasserflasche. Ist die richtig voll? Das ist sehr schön. Trinken. Kein Problem mehr. Gut. Überlegen. Also. Ich habe eine Säge dabei. Ich habe Hammer. Brecheisen. Spitzhack. Das ist super wichtig. Und ein Messer. Mhm. Gut. Denn... In den frühen Morgenstunden möchte ich mich auf den Weg machen. Nein. Erstmal speichern. So. Ach. Endlich. Ich will nämlich heute mal zur Mine fahren. Am Weg zur Mine will ich mal gucken, ob ich da nicht noch ein bisschen Wunder finde, den ich mitnehmen könnte. So. Ich muss nur Obacht geben. Wenn ich an diesem blöden Banditencamp vorbeifahre, die schießen gerne mal auf die Karre. Ui. Bisschen schleuner im Gehirn. So. Hier lasse ich erstmal alles so, wie es ist. Das ist der blöde Bär. Der hat aber Angst vor meinem Auto. Na, da guckst du doof. Jetzt bin ich hier der ganz Große. So. Aber wegen den Bären bin ich erstmal nicht primär hier. So. Als erstes gucke ich mal hier rein. Wenn es hier noch zum Mitnehmen gibt. Nicht mitnehmen. War hier irgendwas drinne? Uh. Hier war eine ganze Menge drinne. Alles schön mitnehmen. Das ist ein bisschen Benzin. Lohnt sich gar nicht. Ich nehm's aber mit. Plupp. Hier war nix drinne. Und Lappen. Und Brett. Hier noch irgendwas. Irgendwas. So. Gucken wir mal hier rein. Also. Interessant. Ja. Nähzeug. Können wir jetzt alles mitnehmen. Haben jetzt ein Auto. Geht das. Ja. Noch ein bisschen Nähzeug. Noch ein Brett. So. Die kleine Kistchen. Da tue ich jetzt mal den ganzen Krimskrams rein. Zack. Zack. Ja. So. Und ich nehm' mich mit. Ja. Leer geräumt hier die Bude. So. Hinten drauf. Weiter geht's. Hier halten wir nochmal. Ich glaub's glaube auch nur noch Nähzeug und sowas. Aber wir nehmen das jetzt alles mit. Ich hab' gesagt. Irgendwann nehm' ich euch alle mit. Jetzt nehm' ich euch alle mit. Und. Ich nur noch das eine. Ja. So. Schwach. Nein. Nein halt. Auf dem Klo war noch Verbandsmaterial. Lass mal hier reingucken. Ne. Ne. Hier ist nix mehr. Ne. Aber oben war noch Munition und sowas. Ne. Ne. Ja. Und noch eine Cola. Und noch eine Cola und alle Fernseher. Den können wir so mal mitnehmen. So gut im Herstellen. Krieg's mal irgendwie ein funktionierendes Stromnetz hin, oder? Ja. Ja. Ah. Fast übersehen. Ja. Ne halt. Falsche Munition. Aber das Nähzeug kann ich hier mit reinstellen. So. Und den Koffer. Cola. Ganz ehrlich. Ich hab da auch Wasser. Aber jetzt keine Cola. Und den Koffer. So. Zugemacht. Da brauch ich aber die blöde Tür öffnen, oder? Statt mal richtig da rein sehen. Ich dachte eigentlich immer hier auf der Seite, irgendwo, gab's noch so ein kleines Minicamp. Müssen wir mal kurz was nachgucken. Ne. Also eigentlich hier gab's immer noch so ein kleines Minicamp, so ein Startercamp. Gab's früher mal. Bei der einen Hütte, die noch kommt, oder an der ich gerade vorbeigefahren bin. Auf der anderen Straßenseite. Ne, ich bin schon dran vorbei. Schade. Ich guck jetzt noch mal hier hinten. Aber nö. Hier ist nix mehr. So. Ich hoffe, die Mine ist noch dort, wo sie einst war. Also eine von den Minen wohlgemerkt. Es gibt ja mehrere. Aber das ist jetzt erstmal die wichtigere Mine. Und ich hoffe, dass sich nicht inzwischen da irgendwelche Viecher drin angesiedelt haben. Woher guck ich noch mal hier. Wo ich irgendwas vergessen habe. Hier vorne bei der anderen Karre guck ich noch mal rein. Ne. Absolut blanco hier. Nix drehen. Schade. Die Scheune muss ich irgendwann auch noch rein, weil... Ich erinnere mich. Da gab es einen Rucksack. Leider auch ziemlich viel Untoter. Aber es gab einen Rucksack. Und Rucksäcker sind ja super wichtig. So, jetzt muss ich hier hoch. Man müsste auf der linken Seite eigentlich. Ja. Ist noch da. Schick. Irgendwas Neues? Du bist neu. Sonst lachst du ja nicht rum. Oh, du bist auch neu. Vielleicht gibt es sich draußen Zeug rum. Das ist schick. Oh. 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 Schick. Das ist neu. Oh. Oh. Da drüben. Ja. Hallo. Jetzt hier eine Spitzhacke rumliegen. Da ist aber ein bisschen muffelig. So. Mal hier oben lang geguckt. Ne. Das ist noch alles Mist. Nichts von Bedeutung, wie es scheint. Hier oben hat sich noch nichts geändert. Alt nach Mist. Aber das ist da unten. Das Zeug ist neu. Früher lag hier absolut nichts rum. Oh. Was ist mal hier? Ich will aber erstmal alles in meinen Koffer rein. Weil ich möchte möglichst mit leeren Händen nach unten gehen. möglichst viel von dem ganzen Kram da unten mitnehmen zu können. Oh. Ja. Kohle. Yeah. Das ist genau das, was ich brauche. Kohle. Woo. Geo könnte doch hier ja rumliegen. Da passt volle keine rein. Das ist ja, da habe ich gerade was gesehen. Da dachte ich mir so, oh, 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 oh. Aber nee. Da war nichts. Da drüben gehts noch weiter. Aber... Ich lege erstmal so ein bisschen was hier rein. Hier zu essen. das hier. Euch. Hier sind super Dinger ihr. Ähm. Da. So. Dicht brauche ich für Energiereserve. Oh. Schön hinten dicht machen, ne? Weiß ja nie. Durch, dass mir mal so eine Kiste da runterfällt, wenn ich hinten nicht dicht gemacht habe. So. Mal sehen, ob inzwischen hier irgendwas drin ist. Nö. Sieht immer noch alles leer aus. Ja. Hier irgendwas drin ist. Nö. Auch leer. Ja. Bei der eulen Kache irgendwas. Die Kiste oder so. Ja, schick. Ja, wenn man hier, wie gesagt, lang läuft, dann müsste man eigentlich der anderen Seite dort rauskommen, wo ich einst die Autobatterie gefunden habe. Hatte ich ja mal in einer davor ergehenden Folge erwähnt. So war es in der Folge davor. Ich weiß gar nicht mehr, welches war. Wie gesagt, wenn man die Abgrenzung an der vorbei geht, dann kommt man auf direkten Weg hierher. Aber ich finde den Weg hier schöner. Also nicht nur schöner, auch schneller. So. Muss ich erst mal auf die drei damit. So. Gucken wir uns mal die Mine an. Ob da was Neues ist. Müsste ja rein theoretisch sein. So. Hier im Anfangsbereich. Ah, da sehe ich schon was. Da sehe ich schon was. Oh, das sind wohl zwei ineinander. Der eine gefällt mir. Der eine... Oder? Habe ich mich geirrt? Ist er eigentlich dunkler aus? Nee. Nicht das, was ich gedacht habe. Ah, ich dachte, das wäre Eisen. Ich dachte, einer von beiden ist Eisen. Da ist Kupfer. Gucke erst mal, ob hier irgendwas rumliegt. Nö, da ist nichts anders. Zack. 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 Ja. Ich meine, das ist jetzt auch nicht schlecht, das Zeug. Brauche ich für Patronen. Aber Eisen, wir haben ja echt einiges lieber. Das hier ist Eisen. Das brauche ich viel, viel für den schönen Iron. Bum. Bum. Was? Bum. Was soll ich sagen? So. Früher war hier auch Schwefel und Eis. Das klebt hier teilweise an den Wänden. Aber irgendwann haben sie sich entschieden. Wir machen zwei Minen. Das hier war eigentlich die ungefährliche. Ich weiß nicht, ob sich da inzwischen was geändert hat. Machen wir mal Licht an. So duster. So. Bis hierhin ging das immer. Und dann kann man hier nicht weiter. Mal sehen, ob man inzwischen weiterkommt. Ich gucke mich aber erst mal ein bisschen hier um. Irgendwas neu ist. Hier die Technik. Technik funktioniert noch. Hat noch Strom. Ist nichts Besonderes. Und hier hinten kommt man nicht rein. Aber hier ist Suppe verspritzt worden. Eindeutig super. Ja. Tolle Wurst. Ähm. Müssen wir hier irgendwas betätigen. Oder kommt man wirklich nicht tiefer rein. Oh, ein Hut. Den Hut hätte ich gerne. Hm. Blöd. Hier rein. Mehr. Ja. Es hat bloß, ihr habt nur die andere Mine größer gemacht. Und hier nicht. Das wäre ja richtig doof. Bei der anderen gibt es nicht so geilen Stuff. Die ist ein ganzes Stück weit entfernt. Und sie hat einen übel gelaunten kleinen Einwohner. Mistigkeit. Mistigkeit. Vielleicht bin ich auch einfach so doof und habe jetzt irgendwas übersehen. Aber ich dachte eigentlich der Fahrstuhl funktioniert jetzt. Licht kann ich ausmachen. So. Zack. Hier mal hoch. Gut. War jetzt nicht so erfolgreich, wie ich das gedacht habe. Schade. Also ein bisschen hat sich verändert. Wie gesagt, das jetzt draußen wird sich das ganze Kram. Oh toll. Kohle. Yeah. Rumliegt. Das war sonst noch nicht so. Hier rein. Nö. 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 Ja. Und ansonsten nicht so viel getan. So. Und da einen anderen Koffer tue ich jetzt mal hier meine abbeuteten schönen Stücke rein. die fünf hier. Die sind mir richtig wichtig. So. Wir speichern mal. So. Da hat es wieder mal gefriest. So. Jetzt komme ich ja eigentlich in den Bereich, wo ich eins gestartet habe. Ich hier nach links fahre. Da ist ja die Stelle, wo ich einst angefangen habe. Doch nicht. Ja. Ich dachte, das wäre hier gewesen. Naja. Ich möchte auch nicht. Irgendwo hier. So. Im Auto bin ich auch eigentlich ziemlich sicher gegen Vanditenangriffe. Deswegen traue ich mich jetzt mal so ein bisschen herumzufahren. Ach. Ich könnte aber mal im Holzfäller-Camp hier vorbeischauen. Ob es ja irgendeine Kiste gibt, die ich noch mitnehmen kann. Oder ein Koffer oder sonstiges. Oder hier bei dem Auto. So. Oh. Das ist furchtbar. Hier war ich ja schon mal. Aber ich weiß nicht mehr, habe ich was liegen lassen. Außer diesen widerlichen Bären. Und zwei habe ich liegen lassen. Halt. 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 Ach nee, das ist Blueberry. Vergiss es. Feder nehme ich mit. Ich habe Stiefel stehen lassen. Das habe ich stehen lassen. Noch irgendwas? Sinnvolles in der Ecke. Zweig? Ja. Besser als nichts. Klohäuschen war auch nichts mehr. Dann gucke ich jetzt noch mal bei dem Holzfäller-Lager. da irgendwas Sinnvolles rumsteht. Also der andere Pickup. Och nee, nee. Nicht bis hinlaufen. Ich habe doch jetzt ein Auto. Da kann ich doch fahren. So. Hä? Halt. Motor abstellen. Komm ich nicht hoch. Schade. Dieser eine abgeholzte Baum da sah gerade aus wie so ein Untot. Ich würde schon sagen, oh mein Gott, er steht einfach nur da. Er steht einfach nur da und beobachtet mich. Aber nein, das war doch keiner. Halt. Oh, ein Hammer. Im Dunkeln war ein Hammer. Schick. Ansonsten nichts wirklich Sinnvolles. Nein, nein. Nix. Hm. So. Den anderen dort hinten mal gucken. So, habe ich hier irgendwas vergessen? Hier waren doch diese ganzen Baumstämme. Oh, und Bretter. Die lasse ich doch nicht einfach liegen. Ich kann zwar auch selber einen Baum fällen, aber hey, warum sollte ich? kein Spinn drinne. Schade. Was für sowas hier ist auch schick. Und... mal sehen... Du da! Äh, äh. Ich bin nämlich viel schneller mit dem Ding. Dann mache ich mir jetzt einfach mal schon die ganzen Bretter, die ich dann zu Hause brauche. so, wunderbar. Es läuft. Es läuft. du da ja noch eine feder und zwei schick wenn ich noch irgendwie einen koffer kommen wird ich glaube ich gucke noch mal beim hotel vorbei motor hallo ich übersehe oder abgestellt zu sagen die ich übersehe ich doch nicht nein 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 ich war so 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 was mit meinen gedanken gerade woanders so und ich glaube bei diesem anderen camp wieder war da auch glaube noch koffer vielleicht ich weiß es nicht muss man schauen muss jetzt auf koffersuche gehen weil mit koffer hätte ich wenigstens die möglichkeit wieder platz zu schaffen für bärenfleisch flasche nehme ich auch einfach mal mit schlafen ja genau die flaschen sind ja gut für alkoholproduktion und seil und das ding aber koffer ich dachte hier steht recht so ein kopf warum leider nicht nur für lefans oder ich laufe die ganze zeit dran vorbei und bemerke ihn einfach nicht erst mal ein brettchen eigentlich habe ich ja inzwischen genug brettchen aber naja eigentlich kann man nie genügend bretter haben vieles wird mit brettern gebaut so nee 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 zack 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 ja so an die uhr geguckt die uhr sagt das soll es erst mal gewesen sein ich danke vielmals fürs zuschauen wünsche noch einen fantastischen tag und verabschiede mich ciao